Mitten im Endkampf. Mitten im Endkampf und ich komm hier nicht runter. Shit. Ich geh auf die Leiter. Auf die Leiter kann ich ja mal gehen. So, wir können mal, wir können mal ein bisschen so checken hier. Na, Lagepeile. Es ist gar keiner da. Es ist, es ist keiner da. Hey, habt ihr kein Interesse mehr an mir oder was? Hier. Ich höre die Kettensäge. Da ist einer. Mein Plan ist, gerade die Handgranate runterzuschmeißen. Ich will ihn anlocken. Hashtag Schiebermut. Also, schau. Die kommen. Die klettern ja hoffentlich nicht, gell? Nee. Ich hänge hier ganz gut. Ich lock die mal her. Und dann schmeiße ich die Granate runter, wenn er da ist. So. Genau, perfekt. Ich geh hoch. Nicht weggehen! Wo ist die jetzt hin? Ah, okay. Passt. Passt das? Hast du wehgetan? Oh, Bissi, glaube ich. So, jetzt muss ich aber schauen, dass er wieder weggeht. Denn, äh, ich hab nix mehr. Was hab ich denn jetzt überhaupt noch? Ich habe... Ja, tatsächlich gar nichts mehr. Schnellzugriff. Ach, ich kann das Zeug auch auf 1, 2, 3, 4 legen. Was ist denn das? Was ist denn das? Ach so, ja. Wahrscheinlich, äh, Shotgun-Monnie. Aber ich hab keine Shotgun. Okay. Mit dir möchte ich die Zombie-Apokalypse erleben. Wieso? Ich werd mir immer was suchen, was ganz weit oben ist. Ganz, ganz weit oben. Der geht nicht mehr weg. Jetzt geh doch weg, du Arsch. Mein Haus. Du wohnst hier nicht. Du kommst hier nicht rein. Weißt du, jetzt ist er die ganze Zeit da. Ah, jetzt, wo ich keine Moni mehr hab und auf ihn schießen könnte. Vorhin wollte ich das. Der ist auch relativ schnell, ne? Da muss ich echt aufpassen. Also mein, mein neuer Plan. Mein weiterer Plan. Ist ja, ist ja jetzt, äh, äh. Geht ja jetzt auch weiter. Ist tatsächlich jetzt, ähm. Gehen zu kacken, nein. Also ich möchte eigentlich runter und dann raus aus der Scheune. Und dann schauen, ob ich irgendwo... Also erstmal muss ich weg. Erstmal muss ich weg. Ich glaub, die meisten Zombies sind schon tot. Aber mir fällt nicht ein, wo ich noch hin könnte. Wer sich umdreht oder lacht, wird vom Kettensägemann umgebracht. Ja, ich glaube auch. Ist er jetzt weg? Nö. Ey, das ist doch nicht sein verdammter Ernst. Ich hab mich jetzt so gut geschlagen hier. Und jetzt geht er nicht. Ich höre ihn auch die ganzen Zeiten. Ah, jetzt läuft er weg. Glaub ich. Wie ich halt super auf ihn schießen kann. Was hat er denn jetzt gesehen? Der spinnt doch. Der spinnt doch total. Was ist denn jetzt schon wieder? Wo geht er denn jetzt hin? Jetzt geht er. Beste Plan. Sie muss weg. Ich glaub, jetzt geht er wirklich weg. Tatsächlich. Ups. Jetzt hat er mich wieder gesehen. Nein, der geht nicht mehr weg, der Blödmann. Habt ihr irgendeinen Trick? Einen Tipp? Irgendwas? Also es gibt hier, glaub ich, gleich eine Tür. Ich könnte hier runter und raus. Aber der sieht mich. Egal, wie ich's jetzt anstelle. Er sieht mich. Ja, das flippt der wieder total aus. Der dreht total durch. Ja, also raus hier wär am besten eigentlich. Oh Gott, es tut mir leid, dass das grad so langweilig ist. Ähm. Aber ich möchte nicht sterben. Ich will ihn blenden. Fuck. Jetzt wollte ich grad runterspringen. Dann rennt er da auf einmal wieder ins Weg. Nein. Ich hasse den Kerl. Ich hasse ihn so sehr. Aber sobald er mich zieht, rennt er hinter mir her. Scheiße. Kann ich da aus dem Fenster springen? Nein. Wahrscheinlich sterb ich bei dem Versuch. Nee, das geht nicht. Da oben ist auch noch eins. Nee. Also hier bin ich, glaube ich, richtig beschissen einfach gerade. Ich kann jetzt hier nur noch, äh... Bei manchen Leuten kann man das sich auch ansehen, wenn sie in PUBG 15 Minuten im selben Haus auf dem Boden liegen, ohne dass es langweilig findet. Ah, ich dachte, wer kommt da hoch? Bei dir ist das ähnlich, finde ich. Oh, danke. Am besten ein Irl ändern. Ja. Das ist doch scheiße. Ich laufe jetzt, oder? Was meint ihr? Sollen wir laufen? Also nicht mal klettern, sondern wirklich einfach springen. Und dann zur Tür raus und dann einfach schauen, was, was, was passiert. Und wenn wir sterben, sterben wir halt. Dann müssen wir es halt nochmal machen. Nein. Du sollst nicht klet... Du sollst nicht klettern. Du sollst springen, du blöder Hammel. Jetzt spring! Spring, du Arsch! Spring jetzt verdammt nochmal. Verdammt der Kacke hier. Scheiße. Lauf! Lauf schneller, du Arsch! Noch schneller! Kann ich speichern gehen? Das wäre so geil. So geil! So geil! Ich hab doch den Schlüssel. Vielleicht ist da Muni drin. Aufs Moped und ab. Ist das geil? Ich kann mitten im Endkampf speichern gehen. Sie stöhnt hier rum. Ja. Voll. Zu viele böse Wörter, sonst hätte ich das geklippt. Was? Ich und böse Wörter? Ich weiß nicht, was du meinst. Sau geil! Ich weiß wirklich nicht, was du... Okay, was machen wir? Was machen wir? Das hier, komm. Ab dafür. Ich hab ja gespeichert vorher. Ja, das ist scheiße. Das brauch ich nicht. Ist das Cheapen? Aber ich brauch was, was ich jetzt brauch. Äh. Was mir jetzt was nützt, meine ich. Oh, das ist geil. Mega geil. Das ist so witzig. Mitten im Endboss halt. Ich geh speichern. Oh Gott. Okay. Komm, probieren wir einen anderen aus. Wenn ich das jetzt sage, muss ich mich selber bannen. Ich hab keinen blassen Schimmer, was ich gesagt habe. Aber wenn ich das sage, dann ist es okay. Oh, die Seite gibt's ja auch noch. Dann ist es okay. Grünes Zeug. Ist auch kacke, ne? Einmal noch. Und ihr dürft entscheiden. Was sollen wir öffnen? Geht das? Ja, er kann sich selbst bannen. Ich bann dich dann. Oh Gott. Es ist so fucking spannend. Ich bin so durch den Wind. Okay, welches machen wir auf? Das hier? Ihr sagt nichts, dann nehm ich das. Ist mir jetzt wurscht. Da ist noch ein Schlüssel drin. Okay. Ähm. Aber ich hab noch einen jetzt bekommen. Machen wir den da oben noch. Bin mal Tee holen. Ah, schön. Na gut, die Spritze, die kann uns auch nützlich sein. Aber ich brauch halt eigentlich echt Muni. Muni, Muni, Muni. 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 Okay, wenn ich sterbe, dann hab ich den Schlüssel ja wieder und dann kann ich einfach nochmal... Das war der hier, wo noch der andere drin war. Gah? Okay. Da kann ich einfach nochmal Muni holen. Äh. Also so ein Schließfach aufmachen. Ich bin jetzt voll... voll durcheinander. Oh Gott. Okay. Ich werde nochmal schnell hier reingehen und gucken, ob ich was pimpen kann. Sollte ich können. Ich hab ziemlich viel grüne Suppe. Kaffee wäre besser, hab's aber irgendwie am Magen. Oh nein. Aber Tee ist toll. Ich freu mich immer, wenn man Tee erwähnt, weil Tee toll ist. Ähm. Also wisst ihr, was ich echt gerne hätte, wäre ja eine Shotgun. Kann ich mir die hier irgendwie basteln? Ich glaub nicht. Also. Ich könnte... meinen Nahkampfschaden erhöhen. Ich könnte... den Schaden erhöhen. Ja. Machen wir mal. Dann auf jeden Fall auch noch... das... Oh, das sind 6.000. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Mehr Leben. Kann ich jetzt sehr gut gebrauchen. Ich würde sogar sagen... mehr Muni. Dass die, die wir jetzt finden, dass wir die auch einsammeln können. Okay. Was ist mit den Bolzen? Weil wir haben ja welche. Okay. Aber ich muss die irgendwie noch zusammenbasteln. Da muss ich noch gucken, wie das geht. da haben Feuerrate vielleicht noch. Und Nachladegeschwindigkeit. Okay. Einfach alles jetzt ausgegeben für den. Weil das ist jetzt gerade so wichtig. Ich speichere jetzt nochmal. Weil eigentlich ist das jetzt gar nicht schlecht gewesen. Was ich jetzt gar nicht weiß ist, wie ich mit diesem Bolzen basteln kann. Gibt es da irgendwie so einen Basteltisch oder sowas? Kann ich das nur hier machen? Äh, das hier. Ausrüsten, benutzen. Informationen. Da steht, dass ich noch Teile brauche. Brauche ich wohl noch Teile, hm? Na gut. Ich habe gespeichert. Wir gehen zurück. Was jetzt scheiße wäre, wenn ich jetzt alles nochmal machen müsste. Also wenn er jetzt den Endkampf nicht gespeichert hätte. Und das als Abhauen gewertet hätte. Und meine ganze Muni aber trotzdem weg ist. Das wäre ein Problem. Aber ich höre ihn noch. Also ich glaube... Ich glaube, das passt. Diese Musik macht mich richtig wahnsinnig hier. Kann ich ihn nicht ins Haus locken? Hier ist so eine schöne Bombe. Uhu. Mr. Kettensägemann, ich bin hier. Da steht er ja gar nicht. Ich dachte, er steht da. Uhu, komm doch mal rein. Ich habe hier so eine schöne Bombe. Ah ja, ich habe ihn auch gerade gehört. Da ist er ja. Hi. Hi. Ja, komm mal mit. Komm mal, komm mal mit. So, jetzt müsste hier gleich alles in die Luft fliegen, eigentlich. Hoffe ich. Das löst es nicht aus. Bei ihm. Warum nicht? Ist nicht okay. Wo muss ich das auslösen anscheinend? Wieso löst es bei ihm nichts aus? Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder oben? Nee, unten. Hat das jetzt schon wieder nicht geklappt? Ach komm. Das ist doch blöd. Ist doch voll langweilig so. Oh. Komm da gar nicht mal hoch. Ich finde es ja witzig, dass der plötzlich hier war. Jetzt aber die hier, oder? Die klappt. Na komm. Hallo, hier bin ich. Schön, das gefällt mir. Äh. Ah! Wieso ist der plötzlich hier? Hui. Manchmal ist der irgendwie voll schnell. Keine Ahnung, wieso der gerade so krass schnell da war. Und ich weiß nicht, wieso bei ihm die Bombe nicht hoch geht. Äh, Quatsch. Falsche Taste. Ja, der sitzt auf dem Pott. Immer. Sag mal, wieso finde ich denn eigentlich keine Munition gerade? Ich muss mal ganz kurz mich umschauen. Eins, zwei. Liegt hier oben jetzt noch was? Steroide. Ich glaube auch. Okay, okay, okay. Also, er müsste da drüben sein. Oder ist jetzt sogar schon hier. Ich warte ganz kurz, dass die weggehen. Wenn er einmal ins Rollen kommt mit seiner Wampel, hält die keiner auf. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Okay. Ähm. Ich glaube, ich muss in die Scheune. Weil in der Scheune war echt noch Zeug drin. Tatsächlich. In der Scheune ist Zeug. Ich kann jetzt auch wieder rennen. Oh, er auch. Er kann auch rennen. Aber er ist da gerade in dem Ding festgebackt. Ich schaue einfach mal, ob es geht. Ich würde schon tief flühen. Hab ja gespeichert. Schweinchen! Da ist die Kiste. Nix drin. Wo bin ich denn? Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay, alles klar. Ich finde irgendwie nix mehr. Ist ein bisschen kacke. Wo kommst denn du her? Ihr könnt auch durch Fenster gehen. Ach, interessant. Okay. Das ist ja mal... Ich renne ihn wahrscheinlich gleich voll in die Arme. Ja. Genau das. Ja, mein Problem ist gerade echt, dass ich keine Munition mehr finde. Tatsächlich. Wenn ich reingehe, geht's hoch. Weißt? Das hier ist immer so spannend. Mach immer so, es tut mir leid. Ich hab gerade gedacht, der hat mich gesehen. Ich muss kurz... Ach, ich hab nichts mehr. Ah! Wo geh ich denn jetzt nur hin? Also theoretisch müsste in der Scheune noch was sein. Wie geht's mir denn? Mir geht's eigentlich ganz gut. Okay. Ich schau mal, ob ich in der Scheune was finde. Besser ist nichts. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Ich muss noch mal da rum. Hoch. Hoch, 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 hoch. Oh, scheiße. Okay, ich hab Zeug eingesammelt. Und ich versuch jetzt einfach irgendwie... ...mit dem, was ich gerade gefunden hab, ihn irgendwie zu killen. Oh Gott. Da ist noch die Statue. Oh, scheiße. Heftig. Okay, was hab ich denn überhaupt eingesammelt? Ich habe... Ich hab ne Granate... ...und ein bisschen Muni. Wo ist er denn? Da unten läuft er. Da ist er. Da ist er. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Ich hab ihn. Danke, lieber Jet. GG, GG. Ah, ich bin so froh. Geil. Okay, wir schießen die noch ab. Ich hätt auch noch ne Granate jetzt gehabt, tatsächlich. Oh, ich bin total... Ich bin... Sind jetzt alle zu Staub zerfallen, die hier waren, oder? Mit ihm, hoffe ich mal. Oh Gott. Da ist der Schlüssel. Die Musik hat mich echt langsam auch wahnsinnig gemacht. Bin ich jetzt der Kettensägen, Heini, oder was? Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Lecker. Super. Ich bin ja immer noch hier. Ich geh mal speichern. Wieso ist denn die Bombe bei ihm nicht hochgegangen? Ganz ehrlich, die Bombe im Haus. Wieso ist die bei ihm nicht hochgegangen? Ich hab ihn die ganze Zeit da vorbeigelotst, damit die halt in die Luft fliegt. Und es hat nicht funktioniert. Ich versteh's einfach nicht. Ich muss jetzt erst mal speichern. Das mach ich nicht nochmal. Nie, wieder mach ich das. Sie wurden erwartet? Von wem? Drei Stunden spielen wir schon. Und ich glaub, die drei Stunden sind, äh, nur dieser Kampf gewesen gerade. Oh, scheiße. Okay. Jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt kommt noch. Das haben wir uns jetzt auch verdient, zu gucken, was jetzt kommt. Oh, Munition. Schön. Ja, langlaufen kann der halt echt nicht. Hm. Hm. Da war was. Ah, hier. Ja. Ich hätte ihn doch einfach dagegen rennen lassen können, ne? Perfekt. Weiter geht's. Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Wundervoll. Kapitel 3 überlebt. Jetzt darf ich auch nochmal speichern, aber okay. Ah! Wechs und fertig. Wegwerser. voters. uäh. Aber mit, scheine rad. Mischa. Und hier geht etwas. Da Qué cosa?